Unter den rund 100 Ferienstrecken zählt zu den traditionsreichsten und herausragendsten die Burgenstraße. Sie ist zudem die einzige markante Touristikroute, die in West-Ost-Richtung verläuft. Im Zuge der allgemeinen Grenzöffnung konnte sie 1994 bis Prag ausgedeht werden. Ihren Namen verdankt die knapp 1000 Kilometer lange Strecke, den etwa 70 Burgen und Schlössern am Wege. Die Reiseroute ist so vielfältig, dass sie für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Auf welchen Aspekt man das persönliche Augenmerk auch richten mag, die Burgenstraße offenbart sich als ein an Höhepunkten reicher und geschichtsträchtiger Weg, als eine faszinierende Reise in die Vergangenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017